Was geht meine Freunde und willkommen zu einem neuen Video mit einem PSN-Freund, das ist der Buri13, hat einen YouTube-Kanal, Assfish und da könnt ihr gerne mal drauf gehen. Ja, Black Ops 2, ne, doch, Black Ops 2 ist angesagt, Team Deathmatch Overflow und ich wünsche euch erstmal viel Spaß bei dem Video und lass rocken, würde ich mal sagen. Ja, mein Name ist YouTube Gamescom und ich präsentiere euch, ja nicht live, aber hier ungeschnitten und alle Fails, die hier so passieren, äh, ja, Black Ops 2. So, Blutzucker ist wieder ein bisschen nach oben gekommen, ein Kill-Rächer ist drin, Digga, und wir können weiterlaufen, Digga, nach vorne durch die Tür, Digga, boah, wunderbar. Ja, ich glaube, die Runde wird heute richtig gut sein, was ist Buri, oh, oh, Buri, der geht gleich ab, Digga, das ist ein richtiger Pro-Gamer, das ist ein Schweizer, ich habe mal ein PSN-Freund gehabt, der hieß Ram C-U-D-E aus der Schweiz, das ist Albertos bester Freund, kennt ihr alle wahrscheinlich, und, ja, der ging auch richtig ab, war auch, Alter, auch richtig, Alter, ja, Hardcore, Digga, Hardcore. So, und da vorne ist der Buri, 13, und jetzt müssen wir aufpassen, weil ich glaube, da ist irgendwas im Räumlein, im Kämmerle, oh, Granate reinschmeißen, Hammer, das hat sich dieses Jahr verledigt, will ich doch sagen, oder? So, Digga, so, ich habe wieder eine Scheiß gemacht, ich habe jetzt einen Twitter-Account erstellt, gell, Leute, habe ja ein Twitter-Video gemacht, Alter, ich Idiot, Alter, ich habe es wieder gemacht, ich habe es wieder vermasselt, ich habe es wieder vermasselt, Alter, mit meinem blöden Twitter-Account, Digga. Ich bin doch draufgegangen, äh, Account-Einstellung, bei Twitter, Alter, ich Idiot, mit diesem blöden iPad, da komme ich niemals klar, habe auf Kanal schließen gedrückt, Alter, jetzt ist dieser Kanal wieder geschlossen, Digga, ich bin auch ein Idiot, aber egal. So, los geht's, Digga, Remington, das ist absolut meine Lieblingswaffe, vielleicht schauen ein paar Leute zu, ja, die meisten, die zuschauen, das sind eher, eher die Sniper-Schützen, denke ich mal, ihr seid eher die Quickscoper, jetzt bestimmt viele von euch, die Quickscopen, oder? Hammer, das, ehrlich, oh, Buri, 13, geht wieder ab, oh, da liegt ein Boot, wollen wir mal zum Wasser laufen, weil wir wollen ja auch mal was von der Map sehen, Leute, schon schön, ja, Buri, ich komme ja gleich, ich wollte nur mal ein Ding gucken, angucken, äh, du weißt schon, äh, die Landschaften angucken, so, Buri, 13, folgt mir grad, so, oh, ich komme gar nicht, hab mich ein bisschen verla... Oh, Digga, ein Dresorraum, ich will da rein, Digga, kommt mal leider nicht rein, ah, komischer Dresorraum, Ah, ja, das war jetzt echt, das war jetzt echt schwach von mir, das muss ich mal sagen. Naja, wenigstens 25 Punkte für ein Assi habe ich bekommen. Naja, wenigstens habe ich überhaupt eine KD, eine KD von 0,33, Also, das wird Buchenholz 2012 freuen, das ist ein, äh, hat ein YouTube-Kanal Buchenholz 2012 und schreibt mir immer, äh, ey, YouTube-Verkom, du bist so schlecht, dein Dekade ist richtig kacke, Ja, du hast auch recht, Digga, oh, mamma mia, haben wir Zamba heute hier? Wann gibt's neue Videos, fragt ihr euch? Ja, ich würde mal sagen, am 8. Januar, oder? 8. Januar, auf jeden Fall, man. Aber, erst abends, Leute, und dann, wahrscheinlich nur eine Stunde, oder so, weil, klar, 8. Januar, mein Geburtstag, da feiere ich natürlich auch eine kleine Runde, Leute, am 8. Januar, da hab ich gefeiert, da hab ich natürlich auch nicht Zeit, Black Ops zu zocken. Vielleicht hab ich sogar gar keine Zeit, die PS3 anzumachen, überhaupt ein Video anzumachen, aber vielleicht, einfach so eine Runde zocken. Mal gucken. Oh, der Geburtstag wieder, 20 Jahre, so. Überall Einladung bekommen, oh, Maria, 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 Maria. Oh, no stress. Klack, 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 klack. Ja. Oh, digga, ich hab mich wohl bescht, da, da, 100 Punkte, digga. So, ich sag jetzt einfach mal wieder, ciao, see you later, Alligator. Wünscht euch euer YouTube Gamescom auf der PS3 und euer Buburgi13 aka, äh, ähm, Assfish auf YouTube. Und bei mir, der junge Zocker, äh, meinen YouTube-Kanal, kennt ihr, glaub ich, alle, seht ihr auch, sonst werdet ihr ja gar nicht auf dem Video drauf, digga. Also, ich weiß nicht, ich sag gerne mal, ciao, see you later, Alligator, bis dann, ciao. Upp, guck, 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 guck.